Komm mit, Leo. Guck mal! Was ist das? Unser Sohn hat ein ganz tolles Gerät erfunden. Wenn du den Draht richtig einstellst und vor deiner Brust auf den Planeten ausrichtest, dann kannst du sehen, wie schnell er sich nähert und wie schnell er sich dann wieder entfernt. Okay. Hier. Leo? Worauf freuen wir uns? Auf morgen Abend. Sehr richtig. Okay. Okay.